Und damit sage ich, herzlich willkommen zurück zu South Park. Ich muss mal kurz gucken, ob du das aufnimmst. Ja, warte es. Das ist da. Überheiz. Ich... Also irgendwie finde ich es ein bisschen doof, wie sie die Speicherpunkte immer setzen. Ich musste gerade nochmal gegen alle kämpfen. Voll scheiße eigentlich. Ein paar Hühnerkoilen. Ich muss mich jetzt eigentlich fragen, was wir noch haben müssen. Ja, okay, okay. 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 Aufwertung. Da, 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 da. Da, da. Hallo. Leute, hab ich die ganze Zeit drauf getrunken. Egal. Dann holen wir jetzt Craig, Token und... Tweak. Hat er eigentlich was Neues? Badam. Was? Nein, du sagst die... Guess I'm minding the shop now. You need any weapons or armor? You name it, we'll sell it. Hm? Oh, krummsehle des Kriegers. Kaufen. Ja. Zurück. Verbrauchsgüter. Nehmen wir uns jetzt auch mal ein paar mit. All yours. Ähm. Teleportrag. Hey, nice turkey. Wiederbelehrung. Nein. Ne, aber nicht. Los, Batas, komm mit. Ich bin zu blöd, die Tür zu öffnen. Batas, aufschlüssel. Oh, da ist noch was. Wir müssen gerne mal das Haus durchspülbern. Wisst ihr? Wir haben noch nichts gemacht hier. Dann gehen wir jetzt nicht rein. Scheiß drauf. Wir klauen einfach alles. Mr. T. Hätte ich ne Facecam, also ich hab hier ne Facecam, würde ich dir mich jetzt tanzen sehen. Äh, ich weiß nicht. Und du weißt, dass ich für dich sterbe. Oh, oh, oh. Schöne Musik. So ne schöne Musik. So ein schöner Tiddo. Das hat sie jedes Mal. Also wirklich. So ein schöner Tiddo. So ein schöner Tiddo. So ein schöner Tiddo. So ein schöner Tiddo. Oh, ichолот mir das. Ich glaube, dass du das beschwingt. So ein schöner Tiddo. Schnell duschen gehen. Ich bin so traurig. Okay. Geh ausmachen, damit wir genauer jetzt die ganze Zeit anlassen. Hey, wer hat die Stromrechte denn nicht bezahlt? Hm? Was ist denn das? Lapp ist kaputt. Das ist nicht wirklich so nett. Neue Nachricht von Craig? Nee, Clyde. Fail? Fail? Habt ihr den Fail grad gesehen? Oh, egal. Ich soll mein ganzes Taschengeld spenden, weil das eine der Regeln für Paladine ist. Weiß jemand, wen ich es geben soll? Ein König verlangt seinen zehnten Paladin. Komm, Phil, ein Gespräch zu mir. Und Clyde schreibt. Fick dich neu. Alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen. Das schwöre ich. Nichts. Okay. Doch nichts gemacht. Bin nur in den Arsch getreten. Der Wizard King sagt, ich bin zu ginger, um zu einer der Menschen zu sein. Aber Paladin Butters lässt mich als Squire auf der Fliege. Paladins seek justice für alle Räser. Schönen Pokémon. Schönen Pokémon. das hier rein macht macht was du die Style haben wir noch voll blöd höh achso Tineee 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 der Busstopp auch nein oh ich zickert die Fresse wie ein Arsch du Verfluchter Puff hehehe oh komm das ist doch nicht wirklich viel oh egal thank you thank you so was haste denn Hammer der Stürme Hammer der Gerechtigkeit äh bla 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 das mach ich am besten mal bei dem weil der hat ja nen Helm oder klicke mit der Neckenmaustaste wenn der Blitzbutter's Hammer trifft oh ja oh ja ha ha au zwei das heisst ich verletz mich nur am Pfiff oder was ok ah ah yeah make sure you always carry a few potions don't get grounded if you're raining and I'm the curious country like Adi ok ok jetzt machen wir erstmal den hier fertig hier höh aah aah gut öh na na was eins nur scheisse jetzt ist er gleich tot hey was ja was du und du 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 war du du Oh, oh, ich müsste ihn jetzt langsam mal heilen. Nimm mal hier was. Tau dem an, ihr Fresse. Oh, so früh. Nö, ich tue doch. Gut. Ja, was eins? Oh. Nö, 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 nö. Ich heil dich noch mal kurz. Ja, ja. Nimm mal ein bisschen was. Was brauchst du? Ich komm ja gar nicht hin, verdammt. Ja, ja. Mann. Jetzt geh ich sterben. So, jetzt nehmen wir sie erst mal aus. Wir überleben das Tag. Tempo-Trunk. Die Kacke, die gepinkelt hat. Ähm. Ich mach mal kurz auf. Inventar. Ähm. Verbogen. Krieger des Kriegers. Ich komm mal so scheiße aus. Ich bin ein Krieger. Hm. Nein! Ich muss eigentlich eh noch rüber. Bist du denn? So, dafür weil du nicht mehr Angst hast. So, wo sind wir denn hier eigentlich? Oh, scheiße, zu. Zu. Ein, ja. Bist du mit Müll spielen? Hoppla. Fail! Mhm. Bist du mit Müll spielen? Mensch, Trensor. Wollen wir noch mal kurz aufs Gucken. Na. Dann auch nix. Dann auch nix. Ähm. Böse Kacke mit Spitzbord, Doppelkehnen. No. Öh. Nene. Nee. Sieht das schrecklich aus! Fühl dich nicht! I'm actually faster at Facebook-Messaging than I am at speaking. Here. This will just go a lot faster if I friend you. Hm. Sorry! Das wollte ich nicht. Sure is a lot of walking. Betsy Donovan, die Folge kennt wahrscheinlich auch jeder. Die ist gestorben, weil sie... Nein! Ich bin doof! Die ist im Klo hängen geblieben und ist dann verreckt. Ich betrück noch mal. Trück mal ordentlich ab, Alter! Äh! Wenn du das spätst, das heißt, du kriegst ein frees Wich. Gut. Und nehmen sie mit! Und da ist mir getwas! Na. 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 Hö. Geh hoch. Achso. Sieben Freunde! Sieben Freunde! Druiden Krone können wir leider noch nicht. Sind die in Star Wars oder was? Hey. Ja. Geh weg! Sorry, aber er ist nicht aus dem Weg gegangen. Boah, du baust hier einen schönen Schnee, Mann. Soll ich den schöneren bauen? Warum? Warum? Warum konnte ich da jetzt nicht rein? Bin ich da überhaupt? Ähm. Fähigkeiten? Nein! Fuck! Vorzeige, genau. Du bist... Ja, beim ersten hab ich auch erst das genommen. So, besser! Ach stimmt, das ist hier Kleid! Der lässt uns bestimmt nicht mehr hier rein. Hier ist viel, sehr viel! Du schaust Craig? Er kann nicht spielen, er ist in Detention. Es ist etwas, um die Prinzipien auszupacken. Wir müssen hierher kommen! Na, 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 was haben wir denn hier leckeres? Die Flügel knacken. Ist das doch ein Godzilla? Mann! Ich wollte ja gar nichts machen! Doch, ich hab grad irgendwas gemacht. Hallo? Warte, die ganzen Pfeile her! So, wo sind wir denn hier? Ja! Ich hab' nichts gesehen! Ich hab' nichts gesehen! Schau'n! Ich hab' nichts gesehen! Ich hab' nichts gesehen, Fylle! Warte, warte! Die Frenz-Evidence ist hier! Warte, Wissle-Witches! Ich hab' nichts gesehen! Ich hab' nichts gesehen! Oh, Terrence und Philip, Alter! Scheine, dass es die Serie nicht wirklich gibt's! Gabel und Heiltrank. Und dann schau mal einen Müll einmal. Sind hier keine Eltern? Wer ist denn das? Den kenne ich überhaupt nicht. Ich habe nicht alle Folgen gesehen. Tut mir leid, Leute. Ich gebe jetzt nicht. Komm, 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 komm. Nee, kenne ich echt nicht. Hm. Okay, wo kann ich einer näher? Neue Quest. Huch. Klingenbart. Die Geräusche sind ja echt schön hier. War das dein Spielzeug? Schön, eigentlich. Hier kann ich nicht, glaube ich, noch. Ah, ah, Seenlight. Space Taxi to the sky. Ich kann ja nicht rein. Was? Schlüssel zum Schlafzimmer von Stowley. Komm, geh mal wieder kacken. Wenn es passiert ist, bedeutet, du kriegst eine freie Wille. Lecker. Nehmen alles mit. Nehmen alles mit. Alles mitnehmen. Oh, wir haben schon 17 Euro, sehe ich gerade. Äh, Dollar. Wir sind ja hier nicht in Deutschland. Europa. Bi, 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 bi. Ich glaube, wir müssen eine neue Lampe kaufen, die ist gekracht, kaputt gegangen. Ist defekt. Schön viele Häuser eigentlich hier. Oh, das ist eine Tasche. Ball? Ne. Hm. Was aber lange, Haltrank und verrücktes Actionrad. Und das ist schon wieder so ein Ding. Die Kiste kann man wahrscheinlich auch noch kaputt machen. Analsonde? Hallo, Analsonde! Hm. Ich muss nichts machen. Nö. Vielleicht später, weiß ich nicht. So. Ist das jetzt irgendwas? Nee. Alter. Nee. Nee, nee. Da ist nichts. Ja. Ich wünschte viel Spaß noch. Nee, 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 nee. Okay, da komme ich nicht hin, oder was? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Kann man nichts machen, oder was? Hm. Ich bin zur Kiste. Ah, warte mal. Furzen. In die richtige Richtung. Warum? Puh. Keine Ahnung. Wie er lacht. Puh, 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 puh. Ah, puh, 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 puh. Oh. Oh. Geld. Die sind böse. Jetzt können die Autos wenigstens ein bisschen schneller fahren. Wenn du immer etwas Arbeit gemacht hast, siehst du, Dr. Tom. Er ist der Beste. Neue Nachricht von Kelly, warte mal. Drei neue Freunde, Petey, Kelly Gartner und Dagi. Klicke auf Gefällt mir, wenn du... Warte mal. Ja, danke. Mir geht's auf Gefällt mir, wenn du schon bist, dass du schon viel für heute noch weiter weitergehend bist. Nö. Ich bin dir. Ich brauch die Kiste. Ja, den Rucksack. Blau-grüne Farbe, hä? Kann man da eigentlich in dieses Haus rein? Warte mal, ich geh mal rein. Dun, dun, dun. Schlag doch nicht die ganze Zeit. Ich find die ganze Zeit Geld, alter. Nein! Oh, schön, 3D-Sound. Keiner will mit uns reden. Zocken alle mit dem Handy rum hier. Hey, da hinten ist schon wieder so ein Ding. Was, da kann ich rein? Und schon mal. Okay. Ach, die Goff Kids. Was machen die denn hier? Das ist ein Ding, oder? Hey, komm mal rein. Nee, doch nicht. Okay, doch nicht. Ah, hier vielleicht. Geile Musik. Ah, da komme ich mir an hin. Ich bin nur wassichtbar. Kämpfen wir. Wir hatten die meisten... Ja, die sind meist ziemlich nervig. Bei dir machen wir... Oh, es reicht nicht, schade. Nö, zu ekelhaft. Oh, er kontert. Oh, ich bin doof. Ja, aua! Das war ziemlich gut. Kein Problem? Mach ich gerne. Sollten wir eigentlich mal langsam mit dem Part zu Ende machen? Ja, ich hole noch ein bisschen. Ein bisschen machen wir noch. Hallo! Oh, da ist ein Ruhm, wo die Mädchen eine secretische Basis haben, aber ich habe es nie gesehen. Ach komm, ich dachte, der Ding ist da drin. Wir sind da lang. Jetzt auch. Ow! Oh, da ist ja! die finden hier jedes teil mann brücke mit schleife würde passen so geht es nicht hier lang ach die kirche genau da müssen wir ja hin von stowley oder heißt dann suchen wir mal den ipad ipad wollte ich jetzt eigentlich nicht schlagen sorry warum haut denn der ab sorry ich bin doch nicht immer alles so ernst ich bin stowley zurück ich will mal gucken was es dazu schönes zu sehen gibt vielleicht finden wir ja jesus ja nichts machen kurz in einer kirche wer hat das noch nicht getan das ist sehr heilig wahrscheinlich hier der priester immer wieder hollywood bart heiltrank geld st petrus was glauben na sonst nichts denken wir mal die andere tür noch was 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 keine ahnung was das jetzt gebraucht hat na ich will rein da können wir nicht rein leider ja sag das nochmal ich glaube dann machen wir jetzt mal einen kleinen cut oder ja machen wir jetzt auch bist du denn ok lass mich lieber bis bald und ciao wir sind ko w w w w w w w